Leute, heute wird's mal wieder richtig wild. Denn letzte Woche hat Plan B, der Schaffer des Doc-to-Flow-Modells, auf X ordentlich einen rausgehauen und eine echt verrückte Prognose für die kommenden Monate und das nächste Jahr aufgestellt. Naja, eine Prognose ist es eigentlich nicht wirklich, sondern er sagt selbst, dass es sich nur um ein mögliches Szenario handelt. Dafür hat er nachträglich sogar extra noch einmal einen Post verfasst, weil er teilweise sogar einem richtigen Shitstorm ausgesetzt war. Viele Leute haben das, was er geschrieben hat, viel zu ernst genommen. Keine Prognose, kein Aufruf, keine Erwartung und kein Ziel. Einige Leute haben wohl vergessen, den Satz, nur ein Szenario zu lesen. Normal, oder? Die Leute lesen eben nur das, was sie lesen wollen und auf X rumgepöbelt ist ja bekanntlich schnell. Aber naja, ich finde den Post, den er rausgehauen hat, auf jeden Fall sehr interessant, unterhaltsam und erregt die Vorstellungskraft an. Deshalb arbeiten wir das Szenario, das er sich ausgedacht hat, heute mal gemeinsam durch und schauen, ob es völliger Quatsch ist oder ob einige Punkte sich vielleicht wirklich bewahrhalten könnten. Bevor wir aber starten, habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann lasst mir um den Kanal vollkommen umsonst zu unterstützen doch gerne noch ein Like und ein Abo da. Außerdem helfen im Algorithmus auch Kommentare. Also haut in die Tasten und lasst mich mal wissen, was ihr von dem Szenario haltet. Danke schon mal im Voraus. Aber naja, jetzt weiter im Text. Der Post hat wie gesagt einige Leute ordentlich getriggert, aber das ist normal, wenn jemand ein so genaues Szenario postet. Das kann natürlich niemand in die Zukunft schauen, keiner hat eine Glaskugel und im Endeffekt können wir vor allem, was die kurzfristigen Zeiträume angeht, meistens nur im Dunkeln stochern. Tja, Plan B hat es aber trotzdem getan. Und deshalb würde ich sagen, labern wir gar nicht mehr lange rum, sondern starten direkt mal mit dem ersten Punkt, den er kommen sieht. Los geht's mit einer Schätzung für Oktober. Er geht von einem klassischen Pumpmonat aus und den Preis, den wir erreichen, setzt er bei 70.000 Dollar an. Naja, damit das das, also 70.000 im Oktober möglich ist, stimmen wir wohl alle überein, oder? Der Oktober ist historisch gesehen fast immer ein bullischer Monat für Bitcoin. Und bei den ganzen positiven News, die gerade reinkommen, würde es mich nicht überraschen, wenn wir nicht nur, wie er sagt, 70k, sondern sogar ein neues Allzeithoch knacken könnten. Er fängt also erstmal ziemlich entspannt und in meinen Augen sogar etwas zurückhaltend an, was vor allem bei Bitcoin ja auch meistens keine schlechte Idee ist. Solche Prognosen sind immer schwer, denn wie wir wissen, kann ja in so kurzen Zeitraumen alles passieren. Aber naja, der nächste Punkt ist da schon um einiges spekulativer. Hier geht's nämlich im November und wie wir alle wissen, findet da ja die US-Wahl statt. Hier erwartet er, dass Trump gewinnt, da sie sofort den Krieg, den die Demokraten gegen Krypto führen, beendet und Bitcoin einen gewaltigen Run auf 100.000 Dollar macht. Tja, da muss ich sagen, das ist schon echt ultra-bullisch. In meinen Augen sogar schon etwas zu bullisch. Denn zwischen 70 und 100k liegen immerhin 30.000 Dollar. Der Kurs müsste also in einem Monat um ca. 43% steigen. Extrem sportlich, ja, aber auch nicht unmöglich. Tatsächlich hat Bitcoin, wie man auf dieser Grafik sehen kann, im November schon öfter so krass performt. 2020, also im letzten halbigen Jahr, ging es sogar genau um 43% nach oben, 2017 um 53% und 2013 sogar bombastische 449%. Es könnte also sein, aber dass sich das bei der jetzigen Marktkapitalisierung, die ja viel höher ist als damals, wieder in nur einem Monat abspielen wird, halte ich eher für unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, möglich ist so ziemlich alles. Der zweite Punkt wäre der Ausgang der US-Wahl. Und da weiß ich im Moment wirklich nicht, was passiert. Und genauso geht es auch den Buchmachern. Wie man hier gut sehen kann, sind die Wettquoten nach dem Trump, lange Zeit klar führend war, jetzt ziemlich ausgeglichen. Und Harris hat sogar leicht die Nase vorn. Aber wir werden sehen, Wettquoten sagen natürlich auch nichts über den tatsächlichen Ausgang aus. Ich will aber an dieser Stelle noch kurz anmerken, dass ich nicht denke, dass es extrem bärisch für Bitcoin wäre, wenn Harris gewinnt. Denn die wird sich sicher auch nicht gegen die langfristigen Interessen der USA stellen. Was diese Interessen sind, habe ich schon mal in einem Video erklärt, das ich euch hier oben verlinkt habe. Aber naja, schauen wir uns jetzt mal die nächsten Punkte an. Aufgrund des bullischen Novembers spekuliert Plan B im Dezember auf eine Fortführung des Trends. Es gibt massive ETF-Zuflüsse, die Bitcoin auf 150k katapultieren. Tja, und im Januar geht es dann genauso weiter. Durch den jetzt kryptofreundlichen Kurs der USA erwartet der hier, dass die ganzen Kryptoleute und Unternehmen in die USA umsiedeln, beziehungsweise zurückkehren. Und deshalb wird Bitcoin schon direkt am Anfang des Jahres auf 200.000 Dollar steigen. Tja, ich habe es euch ja gesagt, es wird richtig wild. Ein Anstieg von 70 auf 200k, also eine Kurssteigerung um 185% in nur drei Monaten. Tja, das wäre doch mal was, oder? Ob das realistisch ist? Ich würde sagen eher nicht. Aber muss ich jetzt nochmal die Grafik von eben auspacken? Oder glaubt ihr mir so, dass Bitcoin das schon mal geschafft hat? Ich denke, ihr glaubt es mir so. Laut seinem Szenario würde dann aber im Februar erstmal die Bremse reingehauen werden. Denn da verkaufen dann die Leute, die nach dem Power Law einem mit dem Stock-to-Flow konkurrierenden Preismodell handeln. Weil die glauben, dass das Top des Zyklus schon erreicht ist, was uns dann wieder auf 150k bringen würde. Ob bei 200k wirklich so viele verkaufen würden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es genau wie 100k eine sehr wichtige psychologische Marke. Und bei solchen Meilensteinen kommt es im Bullrun sehr oft zu Gewinnmitnahmen. Ich meine, wenn es wirklich so kommen sollte, dann sitzen ja sogar die, die zum letzten ATH gekauft haben, auf massiven Gewinn. Solche Korrekturen werden also wie in jedem Bullenmarkt definitiv wieder auf uns zukommen. Hier haben wir also einen Punkt, der auf jeden Fall realistisch ist. Aber naja, jetzt kommt dann aber auch gleich wieder was extrem Spekulatives. Im März glaubt er dann, dass Bhutan, Argentinien und Dubai Bitcoin adoptieren und zum legalen Zahlungsmittel machen. Und den Preis sieht er dann getrieben durch diese News bei 300.000 Dollar. Boah, also ich weiß nicht. Möglich wäre es schon, dass es irgendwann passiert. Vor allem Millay wäre das bestimmt zuzutrauen. Denn da weiß man ja nie, was als nächstes kommt. Aber ich persönlich denke, dass es noch ein bisschen zu früh wäre. Also dass das schon nächstes Jahr im März, also in ca. einem halben Jahr passiert, glaube ich eher nicht. Wenn es aber doch so kommen würde, dann wäre das auf jeden Fall extrem bullisch für Bitcoin. Bhutan vielleicht eher nicht so, aber Argentinien und Dubai sind auf jeden Fall keine kleinen Fische. Dass der Preis also richtig durch die Decke gehen würde, wenn die beiden gleichzeitig Bitcoin zum offiziellen Zahlungsmittel machen, könnte ich mir gut vorstellen. Der nächste Punkt dreht sich dann wieder um die USA. Ah, im April würde Trump, wie vor der Wahl versprochen, anfangen, die strategische Bitcoin-Reserve des Landes aufzubauen. Was den Kurs dann auf 400k befördern würde. Das führt dann im Mai zur ersten leichten staatlichen FOMO. Andere Länder außerhalb der EU, wie ihr extra anmerkt, machen es Amerika nach und bauen auch Bitcoin-Reserven auf. Der Kurs würde dann auf 500.000 Dollar steigen. Tja, das wäre schon ordentlich, oder? Naja, staatliche FOMO wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Ob das schon nächstes Jahr bzw. in diesem Zyklus passiert, keine Ahnung. Falls die USA wirklich aktiv anfangen sollte, Bitcoin zu kaufen, könnte ich mir das gut vorstellen. Das würde andere Länder nämlich massiv unter Zugzwang bringen. Und wenn dann plötzlich alle anfangen, Geld zu drucken, um Bitcoin zu kaufen, ja, dann kann es verdammt schnell gehen. Laut dem Szenario würden Trader dann im Monat drauf, also im Juni, mit Hilfe von KI, also wahrscheinlich mit Trading-Bots, anfangen, Bitcoin zu handeln. Es kommt also eine riesige Welle an neuer Liquidität in den Markt, was dann im Zeitraum von Juli bis Dezember laut Plan B zu FOMO führen würde, die einem das Gesicht wegschmelzt. Und der Kurs steigt auf eine Million Dollar. 2026 ist die Party dann aber vorbei. Der Bärenmarkt beginnt. Es geht zurück auf 500k und erreicht dann 2027 den Tiefpunkt bei 200.000 Dollar. Was dann noch der letzte Punkt des Posts und somit das Ende des Zyklus wäre. Tja, das muss man jetzt erstmal verarbeiten, oder? Ich finde das gezeichnete Szenario, wie ich am Anfang schon gesagt habe, echt spannend und vor allem unterhaltsam. Aber wie Plan B ja schon angemerkt hat, ist es eben nur ein Szenario und sollte nicht als Handelsempfehlung oder gar als Prognose gesehen werden. Dass die ganzen Punkte genauso eintreffen, ist natürlich mehr als unrealistisch. Und deshalb würde ich mich der beliebtesten Antwort auf den Post anschließen. Wenn all das genauso kommt, werde ich nackt durch die Straßen rennen. Tja, wenn ihr mich also Ende 2025 auf der Straße seht, wisst ihr, was abgeht. Aber Spaß beiseite. Dass es wirklich in diesem Zyklus ordentlich abgehen könnte, halte ich nicht für Quatsch. Und Plan B ist auch nicht der Einzige, der solche Mondprognosen für realistisch hält. In meinen Augen wird der Treiber für die Rallye, die wir sehr wahrscheinlich bald sehen werden, hauptsächlich die Schuldenkrise, ein Währungskrieg zwischen den USA und China und die daraus resultierenden massiven Gelddruckorgien der Staaten sein. In human history. All the banks own bonds, right? We went on the bond standard. And so if they're going to have to bail that thing out, that's the holy mecca. That's the final boss. The amount of stimulus it's going to take to bail that thing out and remain solvent, I think Bitcoin lands somewhere between $250 to a million this cycle for that very reason. So I don't know all the market events. Like I said, you know, I don't want to be too casual in an economic crisis, but this is exactly how I expected to go. Klar, die Prognose von Jack Mullers hat eine extrem große Range. Ich meine, 250 bis eine Million, da ist echt viel Spielraum. Aber das macht er natürlich bewusst, weil man bei Bitcoin, wie gesagt, nie wissen kann, wie heftig es wird. Er könnte aber genauso gut sagen, mindestens 250k in diesem Zyklus. Und das würde ich dann eventuell sogar unterschreiben. Aber naja, wir werden sehen, wie es dann wirklich kommt. Mit absoluter Gewissheit kann man nämlich nur eines sagen. Langweilig wird es in den letzten Monaten des Jahres und vor allem auch 2025 mit Sicherheit nicht werden. Guckt also, dass ihr auf jeden Fall genug Popcorn zu Hause habt. Lasst euch nicht verrückt machen und freut euch auf das, was kommt. Denn egal, was der Fernseher sagt, die Zukunft wird gut. Wenn dir das Video gefallen hat und du in Zukunft keine spannende Analyse und nichts Wichtiges über Bitcoin mehr verpassen willst, dann solltest du jetzt noch schnell den Kanal abonnieren. Denn wenn du magst, noch eine kleine Spende für meine Arbeit dalassen und vor allem beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns.